Kui! Wir machen jetzt diese Laufgänge relativ schnell, oder? Weiß ich nicht. Verschüttlich. Ohhhh. Der Raum der Wünsche. Da brauchen wir einen grünen Schlüssel für. Und ich wette mit dir den grünen Schlüssel kriegen wir erst, wenn wir dem Typen da seine Fotokamera gebracht haben. Die direkt da liegt. Sehr bekackt, dieser Typ. Ja. Ich kann ihn doch einfach da holen. Das ist der Arschloch. Der Arschloch. Darf ich bitte gehen? Der ist richtig. Du hast richtig gefällt. Da war der Geist. Die sollte aber auch rein umfahren. Ich glaube das habe ich ihm gesagt, oder? Ja. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Oh, okay. Allah geht auf den Weg. Ich habe eine Mission. Ich habe eine Mission, die ich vollbrache. Voll, äh, achso. Ich habe eine Mission. Ich habe eine Mission. Ich habe eine Mission. Ich habe eine Mission. Ja, 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 ja. Ah. Mmh. Jetzt Posten und Weiß. jetzt wieder wem nieder ich hab's geschafft Ich bin auf der Luft. Was? Allah! Ich bin auf. Jetzt. Geht's auf. Gehen da. Au, ich hab's nicht. Geht's auf. Geht's auf. Geht's auf. Geht's auf. Geht's auf. Geht's auf weg. Geht's auf weg. Geht's auf weg. Danke. Wir haben hier was wichtiges zu erledigen. Na, der ist die böse Dame. Wir werden dich doch besiegen. Boah, du doofe Tante. Genau, die ist eine doofe Tante, oder nicht? Ja. Geht's auf. Geht's auf. Geht's auf. Ey. Das ist wieder die böse Dame. Geht's auf. 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 Drücke öffnen, um zu Snape zu wechseln. Bring Harry als Snape Konzentration bei, indem du auf die Wolke zauberst. Wo ist der Buchen? Lass neben mal die Rutsche runterrutschen. Wen? Hey, der kann die Rutsche hochklappen. Hehehehehe Wo ist der Buchen? Wer hat den Buchen, wer hat keine Haut? Oh, nein, ein Tier. Der sagt, du sagst, du sagst, du sagst. Ach so wusste ich nicht. Ich mach alles kaputt. Alter, der will einfach lang drin sein. Ich geh mal zu Harry jetzt. Geh mal zu den Hüpfenden Teilen. Heißt du, da? Ähm. Ich wette bitte, du kannst jetzt mit dem Bagger ruddeln. Was? Ähm. Ich will. Ah nein, ich bin da. Ich bin mal etwas ausprobieren. Lass die Kleine mit dem Bagger rutschen. Diese Rutsche passt dann nicht gut. Lass die Kleine. Nein, 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 nein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Der hat den Teller mitgegessen! Wie eklig! Ich muss jetzt mit Snape wieder auf die Wolke zaubern. Au, 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 au! Du Spinnenbäden! Welche Spinnenbäden? Welche Spinnenbäden? Wo braucht man denn diesen Türknopf? Welche Spinnenbäden? Welche Spinnenbäden? Welche Spinnenbäden? Welche Spinnenbäden? Welche Spinnenbäden? Welche Spinnenbäden? Ich will sammle es doch schon aus. Ja, die blieben. Oder liegt Sauerstoff? Ich sammle die gleich auf. Da ist die Wolke. Das ist so schwer, Mama. Nein. Das ist so schwer, Mama. Hey, jetzt haben wir wieder eins, aber mehr, glaube ich. Das ist so schwer, Mama. Das ist so schwer, Mama. Das ist so schwer, Mama. Was müsst ihr da haben? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie ein Schild. Danke, Y'all. Ähm, okay. Was sollen wir da mitmachen? Mach mal das andere da kaputt. Welches andere? Hä? Die Tische. Halt die Klappe! Du versteckst es doch, du dumm Kopf! Wääh? Wähähäh! BAM! 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 BAM!! BAM! 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 Batsch 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 Ich werde dich noch einmal treffen BAM! Ja, ich habe die Garnestufe. Ich habe die Garnestufe. Was uns der Vaske bald vorbereiten kann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Versuch mal mit denen dann die Töschchen kaputt zu machen. Höh, 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 höh. Können wir wieder zurück? Nein. Wir können nur in diesen Raum. Ja. Ja. Lass doch los. Höh, höh, höh. Ja. Ja. Ja, wir müssen weg. Ok. Ah. Ja. 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 Wenn ihr euch beides nicht gelöst habt, dann machen wir den Darm-Darm-Darm. Will der das da haben? Ach, der will den Papierflieger haben. Ja. Bara... Hm. Ha. Ah. Puh. So, Eva, jetzt geht's aber los. Darf ich selber fahren? Natürlich. Okay. Albers, vorhin habe ich das abgeschlossen. Ja, kommst du mal mit runter? Ja, gleich. So, wir machen dann jetzt Ende für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, damit helft ihr dem Kanal. Und ihr verpasst nichts, wenn es mal wieder weiter geht. Und Tschüssiikowski. Tschau.